Wir verlieren Einsatzziel Albert. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Wir haben den Sektor verloren. Wir verlieren Einsatzziel Albert. 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 – Hör! – Da! – Da! – Tänk, die! – Hör! – Scherz! – Habt ihr mal vor der Schorle übrig? – Ja, Feuer frei! – Ja, nein, nein! – Feuer, Feuer! – Feuer, Feuer! – Hör! – Hör! – Hör! Ich halte hier seinen Pfeffer, da! Die Hälfte der feindlichen Wolken wurde besiegt. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Die Hälfte der feindlichen Wolken wurde besiegt. 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 Ja! Nein, 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 nein! Wir haben die Amerikaner aufgehalten. Die Hippenburg-Linie ist sicher. Jetzt können wir über einen Frieden verhandeln. Mögen Hass und Tod endlich enden. Man kann nur spekulieren, was passiert wäre, wenn das deutsche Heer die Mars-Agonnen-Offensive zurückgeschlagen hätte. Nach vier Jahren war das deutsche Volk des Krieges längst überdrüssig und das Reich begann zu bröckeln. Und da immer noch amerikanische Truppen in Europa landeten, wäre ein Sieg der Entente wohl noch immer möglich gewesen.